in diesem video geht es um den begriff der stetigkeit von funktionen bevor wir den begriff der stetigkeit formal fassen gucken wir ein paar intuitive ideen hinter der stetigkeit an eine sache die sie vielleicht auch schon mal gehört haben ist dass so eine funktion dann stetig sein soll wenn man sich zum beispiel als grafen den grafen ohne abzusetzen sechnen kann das wäre zum beispiel dieser funktion direkt erfüllt das ist eine möglichkeit diesen begriff der stetigkeit sind intuitiv zu fassen eine andere möglichkeit das zu fassen ist zu sagen naja wenn sich die argumente nur wenig ändern dann ändern sich auch die funktionswerte nur wenig da gibt es keine sprünge zum beispiel viel vieles verhalten was sie so kennen ist typischerweise stetig wenn sie wenn sie auto fahren dann gilt auch wenn sie nur ein bisschen länger fahren dann kommen sie auch nur ein bisschen weiter da haben sie eben einen stetigen zusammenhang diese wegzeitfunktion wäre an der stelle stetig typische sache die man vielleicht nicht stetig modellieren würde wäre das anschalten eines lichtschaltes wenn sie einen schalter drücken ist sofort hell hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab wie sie das genau mathematisch modellieren aber das wäre dann unter umständen eine funktion die nicht stetig ist sehen wir gleich im weiteren noch mal genauer versuchen wir das jetzt an der stelle einmal wirklich formal zu fassen was stetigkeit ist und da ist eine typische definition die man macht ist man sagt okay wir haben eine funktion f die bild ab von irgendeiner teilmengen der reellen zahlen in die reellen zahlen und wir haben so ein x0 in dem definitionsbereich von x also f muss dafür tatsächlich definiert sein für dieses x0 und dann muss ein funktionswert existieren beziehungsweise der funktionswert existieren an der stelle x0 und der funktionsgrenzwert das ist der ganzwert von f von x für x gegen x0 der muss gleich dem funktionswert sein und wenn das erfüllt ist dann heißt die funktion f stetig in x0 wichtig an der stelle haben erstmal nur definiert wann eine funktion stetig in einem punkt ist das ganze kann natürlich erweitern was ist wenn wir einen intervall angucken dann heißt eine funktion natürlich in einem intervall stetig wenn sie an jeder stelle des intervalls stetig ist und generell sagt man allgemein eine funktion zu stehen eine funktion ist stetig wenn sie an jeder stelle des definitionsbereichs stetig ist ein erstes beispiel ist hier die funktion rechts f und x gleich x quadrat plus 1 völlig egal welche stelle des definitionsbereichs sie angucken die funktion ist in jedem fall stetig das heißt ja dass der funktionsgrenzwert in jedem fall für jede stelle dem funktionswert auch entspricht wenn sie zum beispiel keine ahnung den wert ist gleich zwei angucken dann die funktionsgrenzwerte angucken völlig egal wie sie sich dieser von von wo sie sich dieser dieser stelle x gleich zwei nähern auch von unten von oben wie auch immer spielt keine rolle der grenzwert dieser dieser funktion wäre immer der funktionswert selber also in dem falle hier an der stelle fünf weil er von zwei wäre hier fünf und die funktion ist eben als polynom stetig das ganze gilt natürlich nicht nur allgemein für für diese ganz rationale funktion sondern das gilt für alle ganz rationalen funktionen die sind immer stetig bei dem gebrochenen rat über den gebrochen rationalen funktionen sieht das ein bisschen anders aus die sind auch stetig auf ihrem definitionsbereich das heißt überall dort wo sie definiert sind sind sie stetig wenn wenn sie sich das angucken sowohl hier in diesem linken ast also in der mitte überall sind die teile jeweils stetig es gibt jeweils unstetigkeit stellen das ist genau dort wo die funktion an der stelle nicht definiert ist weil sie hier in dem fall durch null teilen würden oder generell immer bei ganz rationalen funktionen sind immer dort nicht definiert wo der nennen null wird auf allen anderen an allen anderen stellen ist sind aber ganz rationale funktionen immer stetig bei unserem nächsten beispiel kommen wir so ein bisschen zurück zu dem lichtschalter beispiel die heavy side funktion das ist diese abschnittweise definierte funktion die ist auch fast überall stetig einzige unstetigkeitsstelle ist an der stelle x gleich null weil hier macht die funktion tatsächlich einen sprung da existiert der funktionsgrenzwert an der stelle nicht rechts linksseitiger grenzwert wäre anders als ein rechtseitiger grenzwert hier liegt keine stetigkeit vor ja weil die grenzwerte eben nicht existieren deswegen insbesondere nicht gegen den funktionswert entsprechen können an der stelle null für alle anderen stellen ist die funktion aber konstant und auch stetig damit wenn sie also so eine funktion zum beispiel für das einschalten eines lichtschalters als modellierung benutzen dann sehen sie hier auch genauso ein unstetiges verhalten es gibt aber auch fälle bei denen zwar die prinzipiell eine definitionslücke vorliegt aber diese definitionslücke ist unter umständen hebbar und eine funktion kann unter umständen stetig fortgesetzt werden gucken wir zum beispiel mal die funktion f von x gleich sin x durch x an und da haben wir in einem früheren video schon mal hergeleitet dass der grenzwert für x gegen 0 für diese funktion dass der 1 ist für x gleich 0 ist die funktion nicht definiert aber falls wir die funktion einfach mal erweitern würden und sagen na gut wenn x nicht 0 ist dann nehmen wir halt den 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 ursprünglichen term sin x durch x für die definition und für x gleich 0 setzen das einfach per hand auf 1 kann man ja prinzipiell so machen dann bekommt man als ergebnis tatsächlich wie man sieht hier eine stetige funktion man sagt eben an der stelle dann dass diese funktion stetig fortgesetzt ist die formale definition der stetigkeit klingt auf den ersten aufs erste hören auf den ersten blick vielleicht etwas umständlich tatsächlich haben wir aber sehr viel glück weil nämlich die funktionen die wir so angucken typischerweise weil die alle stetig sind zum beispiel ganz rationalen funktionen haben wir schon gesehen gebrochen rationale funktionen exponentielle funktionen logarithmus funktionen betragsfunktionen die sind alle an allen stellen ihres definitionsbereichs stetig insofern haben wir im täglichen leben quasi meistens mit stetigen funktionen zu tun stetigkeit ist auch eine schöne eigenschaft die erhalten bleibt bei addition und bei multiplikationen konstanten oder auch multiplikation von stetigen funktionen und das wird durch diese zweite regel ausgedrückt wenn ich zwei funktionen habe f und g und beide sind stetig an einer stelle x 0 dann ist auch die summe der beiden funktionen stetig dann kann ich eine funktion mit einer beliebigen konstanten multiplizieren und das ergebnis ist immer noch stetig das produkt von stetigen funktionen ist stetig und sogar der quotient von stetigen funktionen ist stetig sofern ich natürlich nicht durch null teile das ist also sehr praktisch ebenfalls bleibt stetigkeit erhalten unter funktioneller komposition das heißt wenn ich zwei stetige funktionen miteinander verknüpfen dann komponieren also die eine nach der anderen ausführe dann ist das ergebnis ebenfalls stetig das heißt wenn sie zum beispiel wissen dass die exponentielle funktionen stetig ist dann wissen sie auch dass wenn sie so eine funktion haben e hoch x in klammern zum quadrat dann muss die auch stetig sein weil die die funktion x quadrat ist stetig und ist stetig und sie hätten dann so eine verkettung von beiden und das ergebnis wäre dann immer noch stetig stetige funktionen haben sehr gutmütige und praktische eigenschaften die auch direkt eindeutend sind häufig und einen davon wollen wir angucken der sogenannte zwischenwertsatz was sagt der zwischenwertsatz zwischenwertsatz sagt wenn wir zwei wert haben a und b aus den reellen zahlen mit a kleiner gleich b und wir eine funktion haben die auf dem intervall a b definiert ist und nach er abbildet und die funktion stetig ist und wir wählen eine zahl gamma zwischen f von a und f von b also so wie hier dargestellt haben irgendwo f von a und f von b das könnte übrigens auch genau andersrum sein also dass er von a oben ist und f von b unten spielt keine rolle aber wir hätten ein gamma dazwischen diesen beiden dann sagt der zwischenwertsatz dann gibt es auch einen wert c in dem intervall zwischen a und b zum beispiel hier bei dem gilt dass er von c gleich gamma ist ganz anschaulich ist das auch klar wenn sie hier starten an für für x gleich a standen sie bei f von a und sie laufen einfach entlang dieser dieser funktion des grafen der funktion weiter bis zum ende bis f von b dann müssen sie zwangsläufig wenn sie so einen wert gamma zwischen f von a und f von b haben dann müssen sie da irgendwann vorbeikommen unter umständen kommen sie mehrfach vorbei also sie kommen hier einmal vorbei kommen sie noch mal vorbei und jetzt müssen sie aber wieder zurück das heißt sie müssen da auch noch mal vorbei anders geht es nicht es kann nicht sein dass sie das irgendwie übersprungen haben weil die funktion eben stetig ist und das ist das was der zwischenwertsatz aussagt das müsste man natürlich formal noch einmal beweisen das machen wir hier an der stelle aber nicht und belassen das einfach mal bei der intuition wenn sie der beweis interessiert finden sie das finden sie das natürlich in der angegebenen literatur dazu